Parasana ist wörtlich die zum höchsten führende Stellung, die Stellung der Transzendenz. Garota beschreibt es in seinem Enzyklopedia of Traditional Asanas wie folgt. Setze dich auf dein Gesäß, hebe die Knie hoch, die Fußsohlen auf den Boden. Gib die Hände unter den Oberschenkel, zusammenfalte die Hände und gib die Handflächen oberhalb des Bauches. Schaue dabei zur Nasenspitze hin und atme tief ein und aus. Von Parasana heißt es, dass es alle Unruhen von Vata überwindet und so Vata beruhigend wirkt.